Eine überaus heftige Explosion gab es jetzt in Solingen, in wahrscheinlich einem Wettbüro. Man weiß es alles noch nicht so ganz genau. Und ein Mann ist brennend über den Bürgersteig gelaufen. Es sind fünf Menschen mindestens verletzt und einer ist verstorben. Gegebenenfalls der Täter, ein Eritreer, wie es in der Presse heißt. Wir gucken uns diesen brisanten Fall gemeinsam an. Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content. Genau richtig, jetzt das Abo da lassen. Zitat, drei Menschen heißt es bei der Bild. In der anderen Quelle bei Rheinischen Post habe ich gelesen, dass es fünf sein sollen. Also wir wissen noch nicht ganz genau, was jetzt hier wirklich die Sachlage ist. Zitat, drei Menschen in Solingen verletzt. Explosion, Mann rennt brennend über den Bürgersteig. In der Rheinischen Post heißt es, Mann stirbt bei Brandanschlag auf Wettbüro in Solingen. Update, eine Explosion hat am Dienstag die Konrad-Adenauer-Straße erschüttert. Laut ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen Anschlag handeln. Fünf Personen wurden zunächst verletzt. Ein Mann verstarb später, heißt es hier. Dieser könnte der Täter sein. Also wir sehen, wir wissen es alles noch nicht so ganz genau, um was es geht und beziehungsweise die Details und Hintergründe. Wir sehen aber hier bei Blaulicht Solingen auch noch erneuter Brandanschlag. Muss man ja auch dazu sagen. So was gab es in Solingen ja schon Vorkommnisse. Eritrea zündet Molotow-Cocktail in einem Lokal. Hier wird also ganz klar auch die Herkunft des Täters im Titel alleine schon benannt. Aber was ist genau passiert? Wie gesagt, Nachrichtenlage ist noch ein bisschen unklar. Was heißt hier? Heftige Explosion erschütterte Dienstagnachmittag die Solinger Innenstadt. Um 14.18 Uhr stürmte ein Mann in ein Geschäftsgebäude und zündete einen Brand- oder Sprengsatz. Man weiß es noch nicht ganz genau, ob es Brand- oder Sprengsatz war. Die Polizei hat einen Großeinsatz veranlasst. Nach ersten Informationen soll es bei einem Anschlag mindestens drei Verletzte geben haben. Wie wir gerade gehört haben, wahrscheinlich eher fünf. Gute Besserung hier natürlich an die Verletzten. Der Angreifer zog sich bei der Explosion schwerster Brandverletzung zu, heißt es. Er wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialknele geflogen. Zwei weitere Verletzte werden in Krankenhäusern soweit behandelt. Leute, Leute, Leute. Das ist ein normaler durchschnittlicher Tag im weltoffenen und hochmodernen Deutschland, wie man es denn kennt. Ein Augenzeuge, der Önder Käser, sagte zur Bild, Zitat, der hat irgendwas von vorn aus seiner Hose geholt. Das sah aus wie ein Sprengsatz. Dann hat er wahrscheinlich versehentlich eine Flüssigkeit verschüttet. Dann gab es einen großen Knall und der Mann hat gebrannt. Zeugen haben ihn dann gelöscht und erste Hilfe geleistet, heißt es hier. Also wirklich unfassbar, wenn man sich, nein, das darf man sich auch gar nicht vorstellen. Das sind solche Sachen, die kennt man doch nur aus dem Kino, aus dem Fernsehen, also aus irgendeiner dubiosen Sendung, wo man sagt, das kann doch nicht sein. Das ist doch so unglaublich. Aber offensichtlich, in Deutschland gibt es mittlerweile wirklich ganz klar eben genau solche Fälle. Das ist halt wirklich der absolute Wahnsinn. Und das heißt hier weiterhin, der Polizeisprecher zur Bild, Zitat, Zeugen berichteten uns von einem lauten Knall. Die Hintergründe sind noch unklar. Mehrere Rettungshubschrauber landeten am Einsatzort. Auch ein Polizeihubschrauber kreist über dem Tatort, heißt es nämlich hier. Also wirklich ein ganz, ganz krasser, dubioser Fall, der da wieder mal stattgefunden hat. Und wieder mal warum. Wir erinnern uns zurück, das ist noch gar nicht lange her. Das war am 9.06. in Solingen. 22 Verletzte nach Brandt in Wohnhaus. Großeinsatz in Solingen. Also wir sehen zahlreiche solcher Fälle. Also gerade Solingen ist wirklich, das ist ja gar nicht mal so weit von mir hier bei Leverkusen, es ist schwierig. Also Solingen ist wirklich schwierig. Sagen wir einfach mal schwierig. Und es gab doch noch in Solingen, war es in Solingen, habe ich es richtig im Kopf, eine Tat mit Messer. Und eine Woche später gab es einen Brandanschlag auf ein Haus, wo eine Familie ums Leben gekommen ist. Ich habe, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Video dazu gedreht, als ich in New York City geschäftlich war. Der eine oder andere, wer meine Videos regelmäßig verfolgt, wird es bestimmt mitbekommen haben und kann auch nochmal was in den Kommentaren dazu reinschreiben. Bei der Rheinischen Post heißt es ja, noch ein paar weitere Informationen. So hatte sich der Mann nach Informationen aus Sicherheitskreisen, die unserer Redaktion vorliegen, am Dienstagnachmittag gegen kurz nach 14 Uhr, also das passt schon mal, mit einer Art Brandsatz in der Hand dem besagten Wettbüro genährt, als er von dem Betreiber des Lokals offenbar als früher schon einmal durch Sachbeschädigung aufgefallenen Rallelierer erkannt wurde, derart konfrontiert, soll der mögliche Täter dann den Brandsatz aus seiner Hand fallen gelassen haben, wobei es zu der Verpuffung kam. Dabei wurde der Täter selbst schwerst verletzt, derweil umstehende leichte Verletzungen erlitten und bei dem Brandsatz soll es sich um eine Flasche mit einer brennbaren Flüssigkeit gehandelt haben, heißt es hier weiter. Also wirklich unfassbar, was hier abgeht. Und dann heißt es hier auch noch, Zitat, Also das kann man sich nicht vorstellen, das will man sich nicht vorstellen, das soll man sich nicht vorstellen. Und ich möchte auch endlich wieder in einem Land leben, wo man gar nicht in die Patrouille kommt, sich so etwas vorzustellen, dass wir hier gemeinsam in diesem Video über diese Situation sprechen müssen, sondern dass wir endlich mal wieder in einer Normalität in Deutschland leben. Und das Ganze hat aber noch einen weiteren negativen Höhepunkt, den ich euch jetzt noch sage. Laut Fokus heißt es nämlich hier, siebenjähriges Mädchen unter den Verletzten. Man kann es sich nicht vorstellen, Leute. Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass das Mädchen und auch die anderen Verletzten keine bleibenden Schäden und große, ja schwierige Verletzungen haben und auch mit der Situation psychologisch betreut werden, sodass sie damit zurechtkommen werden. Es ist einfach nur noch unfassbar. Der Fokus schreibt hier auch sogar noch, mutmaßlicher Verursacher wäre sogar tot. Also bestätigt sich das offensichtlich hier nochmal, was wir gerade bei der Rheinischen ja auch schon gelesen haben. Das Ganze hat natürlich einen Großeinsatz verursacht. Wir wissen das, wir wissen mittlerweile auch, dass sowas normal Gang und Gäbe ist, dass sowas immer und immer und immer häufiger stattfindet. Es ist einfach nur noch schrecklich, wie ich persönlich finde. Blaulicht aktuell Solingen sind die einzigen, die jetzt ja auch über die Herkunft des Täters sprechen. Die benennen ihn hier ganz klar als Erythea, wie es hier heißt. Das ist schon interessant, dass die das so klipp und klar machen. Das sieht man ja relativ selten. Sie schreiben im Text sonst dazu weiter nichts zu der Herkunft oder Ähnliches. Aber wieder mal einer dieser dramatischen Einzelfälle müssen wir ja an der Stelle nochmal festhalten. Sowas passiert natürlich bekanntermaßen sehr selten zum Glück. Leute, es macht keinen Spaß mehr. Es macht wirklich keinen Spaß mehr in Deutschland. Man kann noch nicht mal mehr irgendwo in ein Wettbüro, gehe ich jetzt sowieso nicht rein, aber andere Leute machen das, offensichtlich unbeschadet reingehen, ohne dass etwas passiert. Wir sehen es, dass gegenüberliegend die Dame, die beim Friseur war, große Befürchtungen hat vor einer solchen Situation. Und das ist doch nur nachvollziehbar. Also ich finde es einfach nur noch schrecklich und es muss endlich auf Landesebene und auf Bundesebene konkret dagegen vorgegangen werden, dass eben solche Situationen nicht mehr vorkommen. Ganz einfach. Und das hat auch nichts mit Hass, Hetze oder sonst was zu tun. Das ist eine ganz normale Forderung, die ich hier an unsere Regierung stelle. Denn was ist die Aufgabe des Staates? Die Aufgabe des Staates ist es, dafür zu sorgen, dass man in diesem Land sicher leben kann. Und das ist aktuell nicht mehr gegeben. Schreibt eure Meinung unten rein, Abo nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao.